ja hallo zur späten stunde nach sehr langer zeit mal wieder ein kann man sagen richtiges video mit richtigem thema und gleichzeitig auch einem neuen format na wenn das mal nicht ein ebenwürdiges comeback ist falls es ein richtiges comeback wird falls ich überhaupt ein comeback brauch auf jeden fall ja wegen videos ich weiß leider im moment noch nicht so genau wie ich demnächst zeit haben werde ihr seht ich bin gerade erst von der arbeit gekommen hab dir gedacht scheiße muss video noch drehen hast du ja extra angekündigt und ja ich hab eigentlich in letzter zeit und denk auch in nächster zeit so gut wie gar keine zeit für irgendwie videos für richtige videos jetzt speziell und ja deswegen ist ein bisschen schlecht worüber ich auch noch mit euch reden will gleich bevor das video erst richtig beginnt also das eigentliche thema ist meine facebook fanpage auf die ich wirklich sehr gerne noch mal hinweise in letzter zeit so die letzten vier wochen circa vier fünf wochen vier wochen habe ich pro woche mindestens zwei drei likes also es wächst mit der zeit ein bisschen und ja ist toll so aber es wird besser sein wenn alle wirklich alle meine abonnenten die einen facebook account haben die seite auch liken weil da ist man einfach viel dynamischer anschauen kann viel besser irgendwelche sachen groß antredigen so wie ich das jetzt mit diesem video gemacht habe ich glaube ich habe es vorgestern angekündigt also am dienstag für mich ist das vorgestern für euch ist das nonntag länger und ja heute haben wir donnerstag für mich ist morgen wo das video online kommt und da bleibt nicht sehr viel zeit deswegen lieber heute aufnehmen an dem donnerstag und ja ich hoffe verzeiht mir dass es ein bisschen bescheuert gemacht ist und wie gesagt ich habe halt kaum zeit jetzt noch großartig videos zu machen aber ja das habe ich euch auch schon vorher gesagt und ich hoffe ihr versteht das auf jeden fall dieses neue format es geht um gerüchte in der art so also so propaganda kann man eigentlich schon sagen sag ich jetzt einfach mal egal ob man das dafür sagen kann oder nicht und zwar ähm geht es heute um die pegida pegida ja pegida pegida kennt eigentlich so gut wie jeder sind sozusagen die neuen neonazis nur unter anderem namen und was jetzt darüber so gemunkelt wird ist dass der bundestag dass pegida dem bundestag gehört und sie pegida steuern also jedes treffen jeden streik oder jeden aufstand alles was pegida halt macht wird gemunkelt ist geplant vom bundestag jetzt kann man sagen wieso das klingt doch gar nicht logisch im ersten moment ja aber wenn man mehr drüber nachdenkt und dann mal hinterfragt ich bin ja eine person die sehr viel hinterfragt und dann kommt man zu dem entfluss es könnte stimmen muss nicht aber es könnte stimmen ich bleibe da unparteiisch aber es könnte stimmen und ja was dafür spricht ist dass ähm angela merkel die sache mit den flüchtlingen null unter kontrolle hat sie hat gar nichts unter kontrolle und sie muss jeden reinlassen in deutschland jeden ausländer der hier rein will weil sonst wird gesagt Nazis kann man verstehen aber was ich auch nicht verstehe ist warum wir jetzt heutzutage immer noch mit dem scheiß den so ein idiot sag ich jetzt mal so damals gemacht hat wir haben doch damit gar nichts mehr zu tun weshalb wir denn immer noch dafür verantwortlich gemacht werden und auch dazu stehen müssen dazu stehen müssen okay gut Deutschland war halt früher mal nicht so wie man es hätte gern haben können aber wie gesagt wir können nichts mehr dafür wir sind eine ganz andere generation zwei generationen sind das jetzt schon mehr sogar 1934 glaube ich war es Beginn sind wir auch nicht mehr so weit von entfernt sind 100 Jahre man sagt ja ungefähr 25 Jahre ist eine Generation sind circa drei generationen jetzt und wir werden immer noch dafür verantwortlich gemacht aber nun zurück zum richtigen thema Merkel wird vorgeworfen mit Pegida die Flüchtlinge raus zu ekeln kann man jetzt so sagen sie will laut Aussagen halt versuchen die raus zu ekeln damit sie nicht mehr sagen kann sagen muss oder damit sie es nicht mehr sagen braucht hier wir können nicht mehr Leute aufnehmen weil sie halt dadurch wieder einen schlechten Eindruck macht wieder schlechter Eindruck wieder Hitlerjugend also Hitlers Zeit allgemein bla 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 hatten wir gerade erst durchgekaut das sind so das ist zum Beispiel eine Sache die dafür sprechen würde es wurden auch viele schreiben zwischen Pegida und dem Bundestag ähm gefunden in Anführungszeichen man kann solche Beweise natürlich immer fälschen deswegen bleibe ich da auch unparteiisch an diesem Thema aber es wurden halt Beweise gefunden ähm wo es genau drin steht und wenn das wirklich stimmen würde dann sieht man mal in was für einer armen Lage wir überhaupt sind weil wir können nicht sagen Ausländer nein geht nicht nichts gegen Ausländer wir haben einfach keinen Platz mehr wo ist das da bringt wieder Rechnungen weg damit naja auf jeden Fall ähm wir können das nicht mehr sagen und der Bundestag hat auch so keine andere Chance irgendwie loszuwerden und da sieht man einfach mal in was für einer Lage Deutschland mittlerweile geworden ist weil alle hacken auf Deutschland rum alle machen Deutschland klein wir müssen auf alle hören wir hören auf die USA wir hören auf Putin wir hören auf Frankreich auf England wir hören halt immer noch auf die Siegermächte und das ist sollte langsam mal wirklich ein Ende finden weil wie gesagt in so einer Lage vor allem mit dem wenn das wirklich stimmen sollte das ist echt na feierlich auf jeden Fall hoffe ich euch hat das Video gefallen und ich hoffe ihr wollt mehr von diesem Format sehen schreibt eure Meinung unten in die Kommentare zu dem Thema was findet ihr dazu oder davon könnte es stimmen könnte es nicht stimmen und ja ich sag damit schon mal ganz herzlich tschüss schaut in meiner Beschreibung vorbei besucht meine YouTube Kollegen schaut auf meiner Facebook Fanpage vorbei besucht die ganzen Snapback Shops und auf jeden Fall besucht meine Laskers Seiten er ist echt drauf immer noch und ja damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal tschau haut's raus tschau tschau bis zum nächsten Mal